Ja, Antworten gibt es jetzt jedenfalls schon während dieser Beitrag gelaufen ist. Meine Damen und Herren, ist bekannt geworden, dass auch der Finanzminister offenbar den Hut nimmt und zurücktritt. Gernot Blümel hat im Internet seinen Rückzug angekündigt. Er kommt also seinem guten Freund Sebastian Kurz danach und auch er geht offenbar. Womöglich ist das noch nicht das Ende der Personalrausschaden. Aber das können wir jetzt mit einem ÖVP-Parteikenner besprechen, dem früheren Nationalratspräsidenten und ÖVP-Politiker Andreas Kohl, der zu uns ins Studio gekommen ist. Danke, Herr Kohl, dass Sie gekommen sind. Schönen guten Abend. Bleiben wir gleich dabei. Auch Gernot Blümel geht, stellt die ÖVP jetzt ihre Regierungsmannschaft komplett um? Das wird der neue zukünftige Parteiummann zu entscheiden haben, der natürlich sein Team zusammenstellt. Da spielt der Finanzminister eine große Rolle. Da spielt auch der Generalsekretär der Partei eine große Rolle. Das heißt also, ich denke, dass man jetzt abwarten muss, bis die neue Frau, der neue Mann, das wird eher wohl ein Mann sein, der von dem Parteivorstand zum geschäftsführenden Parteiobmann bestellt wird. Und da hat ja Thomas Hofer recht, wenn Umbildung, nachdem auch ein neuer Innenminister kommen muss, denke ich, denn Karl Nehammer, glaube ich, scharrt schon in den Startlöchern. Dann wird man auch so schauen, wer ins Innenministerium kommt. Und dann macht man eine größere Umbildung. Das ist schon klar. Sie kennen ja Sebastian Kurz offenbar ziemlich gut. Er hat sich heute ganz explizit bei Ihnen bedankt, auch namentlich während dieser persönlichen Erklärung. Dann können Sie mir vielleicht eine drängende Frage beantworten. Woran ist Sebastian Kurz gescheitert, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, dass er nicht gescheitert ist. Er wurde abgeschossen. Er wurde abgeschossen, wie man das in der Politsprache sagt. Das heißt, seine Gegner haben ihn zu Fall gebracht. Aber wer ist das? Die Opposition natürlich. Und das ist ja die Aufgabe der Opposition, nicht ein Kanzlerwahlverein oder Unterstützungsverein zu sein, sondern das Ziel war ganz klar, Kurz muss weg. Und die Opposition hat dieses Ziel erreicht. Aber die Opposition ist in der Minderheit im Nationalrat. Der Türkis und Grün hätte die Mehrheit gehabt. Also das Regieren an sich wäre ja kein Problem gewesen. Wie kommen Sie jetzt ausgleichend auf die Opposition? Denn geschossen hat die ÖVP ja vor allem in Richtung der Justiz. Also ich würde sagen, ich lasse mal die Justiz völlig außen vor. Ich glaube, dass die österreichischen Gerichte hervorragend arbeiten. Betone Gerichte. Und ich glaube also, dass man schon diese besondere Situation sehen muss, dass Sebastian Kurz im Untersuchungsausschuss keine Mehrheit hatte, sondern da waren die Grünen mit der Opposition in den meisten Fragen. Und den entscheidenden Schritt zum Sturz von Sebastian Kurz haben ja auch die Grünen gemacht, aus den Gründen, die in ihrer Logik liegen. Also ich glaube, das war eine Koalition sui generis. Und das wird auch eine Koalition sui generis bleiben. Also die Grünen mit der Opposition zusammengearbeitet, wenn ich Sie richtig verstehe. Aber kann es nicht einfach sein, dass diese Korruptionsvorwürfe politisch einfach nicht mehr tragbar waren? Dass nach dem Schritt zur Seite die Rückkehr auch nicht mehr möglich war? Dass also dann doch die Korruptionsvorwürfe, der ausschlaggebende Grund war, zu schwer gelastet haben? Also ich muss schon sagen, ich bin innerlich sehr besorgt darüber, dass aus der Unschuldsvermutung des Artikel 6 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention eine Schuldvermutung geworden ist. Und dass wir heutzutage in einem System leben, wo nicht Beschuldigungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen geheim geprüft werden, sondern dass Beschuldigungen bereits breit öffentlich diskutiert werden, in den Zeitungen, in den Medien. Und dass dann, ohne dass sich der Betroffene wehren kann und ohne dass ein einziges Gericht eingeschritten wäre, mehr oder weniger über Jahre hinweg oft der Vorwurf bleibt. Es ist zum Beispiel doch völlig klar, dass in der Causa Blümel an diesen Anschuldigungen nichts dran ist. Aber seit Jahren wird nicht eingestellt. Das ist ja jetzt auch ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Sie fragen mich ja zur Vergangenheit. Da kann ich auch der Vergangenheit reden. Selbstverständlich. Aber was ich eigentlich meine, ist es, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, sich zu wehren, wie Sie gesagt haben. Es gibt zum Beispiel Rechtsmittel. Man kann auch in der Öffentlichkeit etwas sagen. Aber blicken wir vielleicht in die Zukunft. Die ÖVP hat ja zwischen 2007 und 2017 vier Obleute verbraucht. Und dann kam Sebastian Kurz, ein junger Mann mit viel Strahlkraft. Jetzt ist Sebastian Kurz wieder weg. Wer hat denn eine ähnliche Strahlkraft? Wer soll die ÖVP wieder dorthin bringen, zu 37,5 Prozent zum Beispiel? Also, dass Sebastian Kurz eine Ausnahmeerscheinung war, das muss doch allen recht klar sein. Er war ein Mann von liberal-konservativen Grundsätzen mit christlichem Hintergrund. Er war ein hervorragender Grundsatzpolitiker. Seine Spuren in diesem Land sind sichtbar. Und er war ein blendender Kommunikator. Also, in seine Schuhgröße hineinzuwachsen, das kann man auch gar nicht verlangen. Es wird jetzt ein Parteiobmann gewählt werden, der die Ausbildung hat, die Vorkenntnisse, den Charakter und auch eine Erfahrung, der versuchen wird, der Aufgabe gerecht zu werden. Der wird seinen eigenen Zugang finden, so wie er sein eigenes Team haben wird. Und ich bin dankbar für Sebastian Kurz, dass er die Noblesse gehabt hat, bevor in der Partei Forderungen gerichtet wurden. Und ich höre sehr gut in der Partei. Und ich habe nichts gehört, dass in die Richtung ging, das soll gehen. Sondern da hat die Partei sich vorbildlich verhalten. Und ich bin dankbar, dass Sebastian Kurz mit Noblesse, und das war heute ein nobler Auftritt, gegangen ist. Und damit für die Volkspartei die Möglichkeit gibt, die Regierung Stätigkeit weiter fortzuführen und das Regierungsprogramm umzusetzen. Jetzt gehen Sie also davon aus, dass Karl Nehammer ÖVP-Chef wird und dann wohl auch Bundeskanzler. Das soll ja in einer Hand sein, hört man aus der ÖVP. Aber wer Bundeskanzler ist, das betrifft ja nicht nur die ÖVP, sondern das betrifft ja logischerweise das ganze Land. Aber wie kommt denn eigentlich die Republik dazu, dass alle paar Wochen der Bundeskanzler ausgetauscht wird? Da kommt plötzlich Schallenberg, dann kommt plötzlich Nehammer. Wie kommt die Republik dazu? Ja, ich frage mich, wie kommen Beschuldigte dazu, dass die Republik sie öffentlich nicht, dass sie öffentlich preisgegeben werden, an den Pranger gestellt werden und die Republik sie nicht schützt. Das hat jetzt nichts mit der Rochade an sich. Das sind die Rechtsordnung, gilt für alle. Und wenn die Strafprozessordnung sagt, bis zur Anklage ist das Verfahren geheim und nicht öffentlich, dann haben alle das Recht, dass sie geschützt werden. Die wurden nicht geschützt. Und die Frage auch hier hat, muss man sagen, ist die Logik relativ klar. Schallenberg hat dieses Amt als Bundeskanzler angetreten. Als Dienst an die Republik hat das sehr klar zum Ausdruck gebracht, hat aber immer gesagt, dass er sozusagen kein Berufspolitiker sein will. Nachdem jetzt das Amt des Bundesparteiobmanns frei geworden ist, stellt sich naturgemäß die Frage, hat man eine Doppelspitze? Das hat sich bei uns nie bewährt, sondern das Amt Bundeskanzler oder Vizekanzler und Parteiobmann muss in einer Hand sein. Und daher hat Schallenberg diese Konsequenzen gezogen. Nehammer ist ein erfahrener Mann. Schallenberg bleibt in der Regierung. Das heißt, die Stabilität ist gesichert. Und ich glaube nicht, dass da irgendein Nachteil für die Republik erwachsen wird. Sebastian Kurz hatte ja viel Macht in der ÖVP, hatte auch sein Durchgriffsrecht schon relativ lang. Und dann kann ich zum Beispiel erinnern an dieses Papier, wo die Regierungsmitglieder vor kurzem noch unterschrieben haben, sie wollen nur in einer Regierung sein, mit Sebastian Kurz an der Spitze. Und das war dann eigentlich alles ein wenige Tage später hinfällig. Da war dann Schallenberg Kanzler. Und jetzt ist Kurz ganz weg. Zeigt sich da nicht eigentlich, dass solche Papiere, dass Versprechungen dann irgendwann, wenn es ernst wird, Schall und Rauch sind? Und habe ich da nicht ein wahnsinniges Glaubwürdigkeitsproblem? Naja, also ich glaube, eines muss man sagen. Wenn, sagen wir gerade in der Pandemie, wo auch die Glaubensdifferenz-Vertrauensprobleme immer gestellt wird, wenn eine Prognose aufgrund wechselnder Ereignisse, wechselnder Umstände nicht mehr zutrifft, dann wird das der Politik heute sofort, die haben gelogen. Und das ist ein Vertrauensbruch. Die Papiere sind natürlich ernst gemeint. Und natürlich können sich aber dann die Umstände ändern. Also das gibt es immer. Ganz kurz noch zum Schluss. Was wird jetzt eigentlich aus der ÖVP? Ist die ÖVP jetzt türkis oder schwarz oder weiß nicht, dunkelbunt? Also ich glaube, dass die österreichische Volkspartei ein Pfeiler dieses Landes ist und bleibt. Die Volkspartei besteht nicht aus einem Mann, sondern die Volkspartei besteht aus vielen Frauen, aus vielen Männern, Gemeinderätinnen, Gemeinderäte, Betriebsräte, Personalvertreterinnen, Landtagsabgeordnete, Lande. Ich habe einmal zusammengezählt, das sind dann die 120.000 Menschen, die zum Großteil ehrenamtlich die Volkspartei gestalten. Und die Leute sind da. Und diese Leute haben das Recht auf eine gute Führung. Und ich bin überzeugt, dass der Parteivorstand morgen die richtige Entscheidung trifft. Soweit ich informiert bin, sind die Würfel in Richtung Nehammer gefallen. Und er wird ein gutes Team vorschlagen. Sebastian Kurz hat Nobel den Platz zur Verfügung gestellt. Und es kann jetzt ein neues Team für Österreich arbeiten. Und das ist eine sehr gute Sache. Sagt Andreas Kohl. Ich bedanke mich für den Besuch bei uns im Studio. Danke sehr. Gerne. Vielen Dank.